Ein wundervoll liebes Hallo, wir schauen jetzt in die Kurzbotschaft für dich, was wir die Energie im Sagen mitgeben möchten, auf was kannst du dich freuen, auf was kannst du dich vorbereiten. So, wir schauen nach. Absolut fantastisch. Wir haben ja eine größere Veränderung. Größere Veränderung steht für dich bereit. Mach dir selbst bitte keinen Druck. Hier heißt es Ungeduld, vielleicht bei dem einen oder anderen, bitte weglassen. Lass die Ungeduld los, denn es kommt. Wir haben hier komplett die Veränderung für dich liegen. Die Veränderung, die Neuausrichtung, vor allem das Glück steht dir an deiner Seite. Auf was du lange gewartet hast, kommt jetzt in Erscheinung und möchte zu dir. Also egal, was du mitbekommst, lass dich auch von niemand anderem unter Druck setzen. Und vor allem ganz wichtig, lege Ereignisse, Situationen aus der Vergangenheit ab. Denn das ist das, was uns jetzt für dich nicht mehr rein möchte. Du bist in einer größeren Veränderung auf dein Glück. Du gehst deinen Glücksweg. Wir haben, Liebe vertieft sich. Deine Vorhaben vertiefen sich. Also egal, was du vorhast. Wir haben die Veränderung, vor allem wir haben die Stabilität. Es bleibt stabil. Es kommt nicht mehr in das Wackelige rein, sondern wirklich in diese Stabilität. Und Stabilität vor allem für dich selbst. Deine Wünsche werden in Erfüllung gehen. Wunscherfüllung wird hier ganz, ganz groß geschrieben. Und Liebe vertieft sich. Auf was du lange gewartet hast, was du vielleicht in einem Jahr, wo du sagst, okay, ich habe schon so lange Geduld. Da ist jetzt der Zeitpunkt, dass wir in diese Veränderung reingehen. Und glückliche Momente, wie gesagt, in allen Bereichen, vor allem auch was die Liebe betrifft. Aber im Allgemeinen, nimm das Glück bei der Hand. Es möchte zu dir, es möchte bei dir bleiben. Vor allem stabil bei dir bleiben. So, dann schauen wir noch, was wir denn hier noch bekommen aus dem Tarot. Okay, wir haben die Maske. Also da ist es auch so, lass dir von niemandem was anderes erzählen. Auch wenn dir jemand anderes was zeigt oder sich anders dir gegenüber zeigt. Diese Person trägt eine Maske. Aber lass du dich nicht verunsichern dadurch. Denn dir werden Sachen vielleicht auch vorgetäuscht. Denn Neid, Eifersucht, Missgunst werden auch in deine Richtung gezeigt. Von daher lass dich von nichts und niemandem unter Druck setzen. Hier werden Masken getragen. Und dann, was hier auch noch die Kombination zeigt, ist der Mensch, der dir sehr am Herzen liegt, hat die Liebe zu dir, die Gefühle, die Anziehung auch wieder vertieft. Und die Maske fällt, dass die Liebe auch wirklich jetzt wie ausgesprochen wird. Und vor allem, dass es dir auch gezeigt wird. Es geht in die größere Veränderung rein. Es wird euch alle ganz lieb umarmt und ich wünsche euch von Herzen alles, alles Liebe.